Hahaha, hallo und los geht's, los geht's in einer weiteren Folge, hier auf meinem Kanal und Glück, wenn es wird. Lasst ein Abo da, Like für diese Statistik auf Teile und aktiviert die Glocke, Instagram und Twitter und in der Beschreibung verlinkt. Folgt mir da, damit ihr erfahrt, welche Folgen folgen. Oder so. Und wo gehen wir raus? Ähm. Storage, Storage, Storage Town. Ich gehe da gerne runter. Ich weiß nicht warum, aber okay. Wir bleiben so lange im Bus, bis wir fliegen. Von alleine. Ausgebrochen werden. Ja, ja, das machen wir. Wie schön ist das Flugzeug? Habt ihr euch das schon mal angeguckt? Es ist so ein Längen kleiner als die Besatzung, die da drin ist. Ich meine nicht die Besatzung, sondern die Springer, die da abspringen. Also, ist schon cool. Oh, Storage, Storage. Storage, ich komme. Und ich werde mit dir 20 weiter haben. Genau die gleiche Idee. Oder 10. Das heißt, ich habe gleich viel Kontakt. Wir werden gleich sterben. Und wir sehen uns in Runde 2 wieder. Aber, wer weiß. Super gelandet. Ja, falsch. Und wir sind auch nicht im Weg. Da ist ja gar nichts. Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja, ich gebe die Pistel. Geld habe ich. Okay. Ist auf jeden Fall ein stabiler Start. Oh, ein Zweitwaffe. Ja, nehmen wir mal die MP mit. Hab wohl lieber die Bison. Ja, wir nehmen die Bison mit. Scheiß drauf. Mit der Bison fahre ich eigentlich besser. Deswegen. Bison. Ich habe die Muni nicht aufgesammelt. Scheiße. Okay. Wir sind doch ganz alleine hier. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Ich dachte, hier kommen 2, 3 weitere mit runter. Ich weiß. Ich habe 20 gesagt. XM, XM, XM. Oh. Die ist eigentlich richtig, richtig gut. Aber. Man kann damit auch sehr gut zießen. Eigentlich. Es kommt gleich ein Kontakt. Und ich verliere ihn, weil ich nicht die gute Waffe habe. Ja, der ist einfach. Hm. Nee. Jetzt hatte ich ja zwei. Die Bison. Ja, die Bison ist auch gut. Kontakt, Kontakt, Kontakt. Äh. Kontakt in der Richtung. Yes. Kill Nummer 1. Hat der die aufgestellt oder ist da noch einer drinnen? Okay, der hat sie aufgestellt. Wir gucken mal, ob hier noch irgendwo einer rumläuft. Wir gucken mal alles sammeln, was die verloren haben. Er kommt aus dieser Garage. Okay, er hat einen Kill gemacht. Baba, Junge. Ich sag doch, die XM4. Gut, der war angeschlagen. Ist auch nicht so begeisternd dann. Ich meine so, wow. Ich habe aber Kill gemacht. Oh, der Sandwich-Fahrzeug. Der kommt zu uns. Ich will gerne eine höhere Position haben. Kann ich hier drauf? Er kommt aus der Richtung. Das heißt, er wird looten. Ja. Wupp. Der hat ja gar keine Panzerung. Okay, der Kill, der Kill, der Kühl. Der Kühl fühlt sich nicht gut an. Hier sind doch so viele. Glaube ich. Äh, gut. Wir sind jetzt in der Zone. Das ist schon mal sehr gut. Ja, wir haben zwei Kills. Das ist nicht sehr viel. Aber. Wir haben sie abgestaubt. Ich treff nicht. Warum war ich nicht? Ich habe nicht. Wir sehen uns gleich wieder. Und. Es geht weiter mit Runde Nummer 2. Wir haben den Gulag nicht überlebt. Und nein. Diesmal geht es nicht nach Storage Town. Ich habe zwar kurz drüber nachgedacht. Aber. Born Yard. Das sieht auch gut aus. Habe ich jetzt so gedacht. Wieso kann denn da schon geschossen werden? Okay. Wie schnell gehen die alle zu Boden? Oh, Kacke. Das war dumm, Born Yard auszuwählen. Alter Falter. Ich bin doch einzeln. Wo war's das denn? Äh. Ich glaube, es war eine ganz dumme Idee. Ich glaube, wir sind gleich wieder tot. Kein Kill und sofort sterben. Geil. Äh. Ah. Oh, der Pump. Auch gut. Boah, das Geräusch nervt. Habe ich eigentlich hier auf die Lautstärke ein bisschen runtergedreht? Ich hoffe. Ich muss mich angewöhnen, bei den meisten Spielen ein bisschen den Lautstärke runterzudrehen. Oh ja. Gut, als Zweitwaffe. Nehmen wir schon mit. Okay, das ist Sön und das ist eine Winchester als Sniper. Nein. Ich beloote mal ein bisschen, damit ich hier auf zwei Minuten komme. Bevor ich den Kontakt suche und sterbe. Oh. Ey, damit bin ich eigentlich besser als mit der Bissin. Scheiße. Das Visier ist doof. Ähm. Jetzt suche ich Kontakt, ohne zu sterben. Okay, wie mache ich das? Ich bin hier. Hallo. Guten Tag. Oh, ich falle vor, das kommt einer um die Ecke. Nein. Vielleicht sehen wir uns nach dem Gulag wieder. Oh, das ist ja genauso gut wie der Messerkampf, Freund. Ich glaube nicht. Zeig diesem Mistkerl, wo der Hammer hängt. Ich hab ihn. Wir sind wieder da. Scheiße. Ich hab ihn. Ich hab nicht mal gezielt. Okay, cool. War das gut oder war das nicht gut? Schreib's in die Kommentare. Ihr habt die Gulag überlebt und ab aufs Hotel. Ja. Oh nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich bin da auch ins Hotel. Ich bin da schon gleich wieder tot. Zu schnell, zu schnell. Komm runter. Gibt's hier ne Kiste? Gibt's hier ne Kiste? Ich hör was. Okay, aber keine Kiste. Panzerplatte? Ja. Ein bisschen Geld? Ja. Wollen wir jetzt nicht erschossen werden von da drüben aus? Hä 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 hä. Alter, wo bin ich denn gelandet? Das ist ja ne ganz, ganz dumme Idee gewesen. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel ab. Er ist über mir, unter mir. Kann sein, dass er auf dem Dach ist und auf alles schießt. Okay, ich probier's einfach. Risk no risk no fun, ne? Auf Glück, oder? Können wir uns abonnieren, liken, kommentieren und aktivieren. Nicht vergessen. Ich glaub, der hat sich hier um keine Freunde gemacht. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß nicht, wo er ist. Jetzt. Mit Gulag Kill Nummer 3. Was? Okay. Alles looten, was hier rumliegt? ja ich stehe wie aufgepräsentiert ich bin so gut okay okay kann ich nicht brauchen Clema nehmen wir mit Herzflagsensor ja nehmen wir auch mit Panzerplatten sind mir ausgestattet nehmen wir seine mit ja sehr schön okay Herzflagsensor ist nicht als Nummer 1 ja jetzt ist es okay oh liegt sogar auf dem Weg zur Sicherheitszone ah sehr schön und wenn wir sterben macht's nicht hey wir haben ein paar Kills ich habe einen Kill gemacht bevor ich gestorben bin ach ja okay nehme ich aber den Sensor mit ja komm wir nehmen die mit den brauche ich eher als meinen EpiPim glaube ich zumindest genau eine dumme Idee sein aber okay wo Schüsse sind da laufen wir hin das ist doch schön das weiß das Kind was wo zur Hölle sind die Schüsse also ich weiß ich werde gleich voll in einen reinlaufen weil ich keine Ahnung habe wo hier gefeilt wurde ich würde einfach nach hier unten gehen warum haben hier hinten Schüsse hier wir sind doch hier mitten in der Pampa ey da unten ich weiß nicht dass hier irgendwo so ein blöder Sniper sich versteckt hat ah wir gehen mal suchen Snipey komm raus Snipey komm raus oh sie darf nicht laufen gucken wir ob uns schießt und wir zerhinfahren wie gesagt der Intel bin ich gleich weggerotzt ich höre nichts schon wieder Schüsse Ja, und wir springen! Oh oh! Oh oh! Wow! Oh nein! Ja! Wow! Geil! Oh scheiße! Nein! Nein! Ich habe jetzt keine Ahnung genau woher, aber ich sterbe gleich! Danke fürs Zusehen! Schönen Tag! Guten Morgen und noch besseren Abend! Ich bin hier mit raus! Peace! Tschüss!